Dynasaurus Rex Der schneidet Haare Deine Position ist nicht offensiv, sondern defensiv Das gehört hier nicht zu Kanaka wollen immer schummeln, Alter Serkan Götzscham Hat sich was zugezogen? Kreuz-Montris Niemals ein Team Wir sind hier nicht in Baden-Württemberg, sondern Hessen Wir machen weniger Tore, weil wir in letzter Zeit immer im Stehen Im Stehen Seht ihr was? Und was stehen wir? Im Abseits Abseits Ja, er hat gesagt, zählt er nicht Was sagst du zu mir? Ich habe eine dicke Lippe Ey Junge, warum riesig? Aber egal, er hat auch gesagt Wenn der nächste Mal sagt, zählt es für uns Weg damit Na richtig War gut Eigene ich muss nur Ihn Gericht Er wäre auf Punkt moves Ich habe dir gerade im Fahrschule erzählt, dass ich Mit denen Was machen soll? Reinieren Kinder Jugend Was machen die, wenn die mit uns zum Spiel rein gehen? Ein Laufkit. Was haben wir bei uns im Fitnessraum? Geräte. Fitnessgeräte. Hantelbank. Fitnessgeräte. Bleib ruhig, was sagst du ihnen richtig? Was wir uns reingetragen haben. Basketballkorb. Richtig, aber... Basketball. Korb. Basketball, richtig. Basketball, richtig. Wo spielt er? Defensive, FSV. Verteidigung. Wie nennt man das anders? Was ist er? Innenverteidiger. Komm mal nach. Was ist der schwarze? Du bist gerne dran, aber ist gut. Abwehr. Abwehr, ey Junge. Das ist einfach. Wir spielen in welcher Liga? Regionalliga, du hast Liga gesagt. Was machst du denn? Bundesliga, du hast Liga gesagt. Ja, aber ist doch scheißegal, Mann. Du hast Liga gesagt. Das ist voll der... Ey. Aber so geht das Spiel. So geht das Spiel. Das ist voll der Virus nicht. So geht das Spiel nicht, Mann. Genau so. Habe ich es bei ihm gemacht. Boah, da ist voll der Virus hier neben mir. Geh mal malen, Alter. Geh mal Zeichen oder irgendwas machen. Boah, das ist der größte Schummler. Ich schwörs dir. Ich spiel die Spiele nur richtig. Boah, ey. Später spiel die Spiele nur richtig. Ich spiel es nur richtig. Guck mal, was willst du jetzt bei mir auch machen? So. Du redest die ganze Zeit dazwischen. Geht auch. So. Nein, 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 nein. Warte hier. Warte. Okay, äh. Ja, was ist der? Äh. Ja, ne, hast du schon gesagt. Elmi ist damit vollgepackt. Boah, ist voll damit. Muskeln. Ja, Mann. Ah. Äh. Ähm. Bei auswärts. Ja, auswärts. Ja, auswärts. Auswärts. Verdammt. Scheiße. Schlechte, Schlechte. Ah. Ah. Anzufahrt ist gut, ey. In unserer Kabine. Anto Kelati. Jawoll. Geh. Boah, die Zuschauer denken echt, dass es sein Cousin ist. Äh. Ein Date. Was habt ihr mit Tinder? Der von vorhin. Der von vorhin. Der von Straut. Ja, genau. Da haben Straut jetzt geballert euch. Äh. Wenn der Ball ins, äh. Seitenaus. Ball. 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 Äh. Ruhig, Bruder, ruhig. Unser, unser. Boah, wie nervös der ist. Tariq's Cousin. Tariq's Cousin. Tariq's Cousin. Wer ist Tariq? Von Aizlau. Bruder, ich hab nix mit in der Mund. Tariq's Cousin, Mann. Weg. Äh. Aret, Aret, Emi. Emi, Junge. Ähm. Das ist jetzt in... Das war 2002 in Japan. In Südkorea. Weltmeisterschaft. Genau. Ne. WM! 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 Da steht WM. Da steht WM. WM ist richtig. WM ist richtig. Nein, nein, da steht WM. Wer muss Weltmeisterschaft sagen? Das ist Mo immer jedes Spiel. Ne? Tauschitzel. Man of the Man. Ja, aber das ist Weltmeisterschaft. Nein, 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 Weltmeisterschaft. WM muss er sagen, nicht Weltmeisterschaft. WM und der hat Weltmeisterschaft. WM, gesagt. Ich muss als Neutrale sagen, WM ist eine Weltmeisterschaft. Das, was da drauf steht, hat man gesagt. Siehst du, also. Oha. Einen. Warte, Andu haben wir. Und Steffen Straub hatten wir auch. Warte. Acht, zwei steht es. Weiter geht's. Ja, Mann. Du machst immer? Tore. Nein, 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 was drauf steht. Nicht die Mehrzahl. Tor. Oder deine Wahl im Krankenhaus. Mutter. Natürlich. Wenn ihr so macht, dann ist es egal. Mütter. Wenn ihr so macht. Das ist schwer, Bruder. Was? Das könnte ich direkt sagen. Ich würde mich genau sagen. Der war heute nicht da, weil er was hatte. Dummer. Oh, Bruder, wer macht immer alles für uns? Micha. Wie heißt der anders? So einfache Wörter, ehrlich, Mann. Nächster. Rechtsverteidiger von uns. Was? Guck mal, ob der Verteidiger steht. Rechtsverteidiger von uns. Wie heißt der Lenny? Nein, Andra. Kuni. Jetzt, jetzt, jetziger. Jesse. Komplett? Schiak. Schiak. Das klappt. Wie lange noch? Wie lange noch? Ah, den Namen, den du vorhin gesagt hast, der heute da ist. Was ist er? Blendaui. Nein, Bruder. Was ist der? Innenverteidiger. Ja, aber für die Mannschaft. Was ist er für die Mannschaft? Fast. Der? Riese. Olum, du hast gesagt... Kapitän, Kapitän. Kapitän, Kapitän. Wie, vorbei? Ist vorbei? Ja, fertig. Wie viele habt ihr? Egal, Jungs, gut spielt. Na gut, die haben sechs. Nein, haben die nicht. Nein, zwei, drei. Nicht alle davon. Okay. So, mach mal. Die haben sechs. Sechs? Guck mal, der hat immer zeichnet, immer zeichnet. Also okay, Gesamtergegnis 2-1 von uns. Sehr gut. Ja, wir haben im Grunde...